Hallo Freunde, für eine weitere Map-Vorstellung heute ist die Modern Sauri-Boost-Satz, dann wir schauen mal rein und let's go! Nein! Die ist klein und fein. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Keine Ahnung. Ich sag ja, ja. Ja, da sitzt echt viel drauf. Warum? Wer sind die Biene? Ich bin eine Biene. Ich nehme jetzt kurz den hier mit, den Viehhandel. Wow! Viel! Wow! Ja, da ist die Biene. Ja, da ist die Biene. Ich bin ein Auto. Ich bin ein Auto. Ja, da ist die Biene. 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 Okay, da ist eine Biene. Hier ist die Biene. Ja, da ist das Wissen. Ja, da ist jetzt ein Auto. Ja, da ist das Wissen. Ja, da ist das Wissen. Ich denke, da kann ich eh schon mal die Rede viel erwarten, hier, in dieser Map, ja, die ist ja eh so kurz. Ich sehe eigentlich nicht kurz, da würde ich nicht viel erwarten, da würde ich nicht viel erwarten. Hier ist er, ja gut. Nicht sagen, das war's schon wieder, weil, ja, mehr als 5 Minuten kriegst du eh nicht drin. Das ist wieder von dieser Map, was gefallen hat, lass bitte einen Daumen nach oben da, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Map findet, ich finde sie schön. Einen kleinen, gut für eine Woche nicht, ja. Wenn du noch kein Abonnent bist, bitte abonniere mich, wenn du ein Abonnent bist, aktiere die Glocke nicht so weit, wer es zu verpassen. Folgt mir bitte auf Twitter und Instagram, das ist mein Titel mit über dem Abonnent-Button, das ist noch mein Zwei-Kanal-Verlink, Simulator-App, da schaut man doch bitte vorbei. Und schon schaut, was ich sonst wieder gemacht habe und tschau, Leute!